so kontrolle hallo ein wunderschön gesegneten abend ja dann geht es wieder los für den heutigen sonntag ja ich war halt ein bisschen überrascht gestern eigentlich ich hatte schaut was für ein losungswort heute ist und da habe ich dann festgestellt ja im prinzip einer dieser tafeln die ich von letztes mal angemacht habe über ein bibeltexte kann gleich dran lassen aber das thema ist dennoch ein anderes okay und das ist auch ein schönes thema heute gut haben wir mal gleich mit dem losungswort nein zuerst mit dem gebiet herr lieber vater im himmel gepriesen bist du gott israels danke dir für jesus christus jesus er segne die zeit her segne die ohren die hören segne die menschen die dein wort hören herr er warme dich ihre der glaube kommt aus der predigt und das predigen aus den worten gottes durch das wort gottes herr jesus segne die herzen bitte mach dass dein glaube gestärkt wird dass der glaube wirklich immer mehr wächst denn du herr schenkst das wachsen und das gedeihen danke dir vater durch jesus ja ja gut dann fangen wir mal mit dem losungswort an und dann vielleicht fangen wir auch mit dem ersten lied an also für den sonntag den 30 7 20 23 da steht dann aus dem psalm 119 vers 26 ich erzähle dir meine wege und du erhörst mich lehre mich deine gebote also psalm 119 vers 26 ich erzähle dir meine wege und du erhörst mich lehre mich deine gebote wisst ihr da fällt mir gerade ein wenn ich dieses wort betrachte dieses eine wort da stehen drei inhalte drin das erste sich erzähle dir meine wege also und unsere herzen sind ausgerichtet hin zu gott und wir reden nicht über ihn sondern wir reden mit ihm ich erzähle dir meine wege also wir sind in einer einstellung dass wir nicht dass wir uns demütigen dass wir ihm unsere sorgen unsere nöte und alles sagen was uns betrifft aber auch unsere fehler sagen und du erhörst mich gott erhört uns dann wenn wir uns wirklich demütigen wenn wir wirklich zu ihm hinkommen wenn wir wirklich ja zu ihm kommen so erhörte uns und dann gleich das dritte lehre mich deine gebote es ist unser bestreben das zu tun was daher will und dann im ersten johannes ja das habe ich jetzt hier leider verdeckt das war noch mal der kapitel 5 ich glaube im vers 16 aber ich bin mir nicht ganz sicher wenn wir wissen dass er uns hört worum wir auch bitten also hier steht gleich im lehrtext dass er uns hört worum wir auch bitten also wir bitten etwas so wissen wir dass wir erhalten was wir von ihm erbeten haben da steht nicht so glauben wir dass wir das erhalten sondern wir wissen es dass wir erhalten was wir von ihm erbeten haben ja und dann möchte ich doch gleich mit dem ersten lied beginnen ihr kennt das sicher auch wer bittet dem wird gegeben wir haben ja wir haben Das, was du auch weißt, bietet Jesus dein Geist. Vater, ich schaffe dir, und dein Vater liebt dir, und uns der Vater ein Kommt von dir, du bist die Ruhe zu mir. Vater, ich weise dich, denn du bist immer da mit dir. Du bist immer da mit dir, du bist immer da mit dir. Der Winter, der Rüge, der Trug, der Trüge, der Achtung, der Rauch, der Land. Der Winter, der Trüge, 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 Vater, ich leise dich, wenn du dich immer dankst, wenn dein Leben nicht schließt, du bist so gut zu mir. Vater, ich danke dir, von deinen Gaben reden wir, und was wir haben, kommt von dir, du bist so gut zu mir. Vater, ich leise dich, wenn du dich immer dankst, wenn dein Leben nicht schließt, du bist so gut zu mir. Ja, genau, im Prinzip, jetzt kommen wir gleich mal auf die Kamera wieder. Im Prinzip sagt dieses Lied eigentlich schon alles aus, worum es geht, auch in der heutigen Predigt. Ist uns das eigentlich oft bewusst, aber wisst ihr, wie funktioniert das? Ist das wie so eine Art Automaten, wo man einfach seine Wünsche reingibt, und dann klickt, dann kommen sie raus? Ich denke mal, wir sollten darauf ein bisschen näher eingehen. Ich weiß, dieses Beispiel mit dem Automaten bringen etliche Prediger, aber sie bringen das wahrscheinlich aus einer anderen Motivation. Wisst ihr, Jesus hat mal gesagt, wenn ihr auch nur zu diesem Berg sagt, hebe dich hinweg, und wenn ihr das glaubt, dass er das tut, dann so wird es dann werden. Und jetzt kommen ganz viele Prediger und die sagen dann, ja, damit sind vor allem eben so seelische Berge gemeint, Probleme, die man hat. Aber genau das ist doch das Problem schon, oder? der Zweifel. Hast du schon mal jemand gesehen, wo tatsächlich dann sich ein ganzer Berg hinweggehoben hat und dann ins Meer gestürzt ist? Aufgrund eines Gebets? Liegt es nicht vielleicht daran, dass unser Glaube noch viel zu klein ist? Sagt nicht Jesus immer wieder, oh, ihr kleinen Gläubigen, Gehen wir mal einen Text an. Ich möchte nicht zu viel vorweg nehmen. Ich denke, wir fangen gleich an mit dem, was im Lehrtext steht, im ersten Johannes 5. Das ist hier. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Automaten. Können wir also um alles bitten? Oder nur, was seinem Willen entspricht? Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, was wir von ihm erbeten haben. Wisst ihr? Damit ich nochmal kurz reinhaken. Was seinem Willen entspricht. Naja gut, wir sollen keinen Unfug bitten. Wir sollten auch nicht bitten, dass Gott uns irgendwelchen, zum Beispiel Ehebruch absegnet und solche Geschichten. Es könnte ja sein, dass jemand eine schöne Frau sieht, die vielleicht vergeben ist und nun bittet der Gott, dass Gott ihm diese Möglichkeit geben und dann geht er und geht fremd. So ist das nicht gemeint. Ist ganz klar. Das ist nicht der Sinn. Aber wenn du jetzt wirklich von Herzen eine Frau suchst, dann kann man mir darum bitten. Entspricht das dem Willen Gottes? Nun, die Schrift sagt, jeder solle seine eigene Frau haben, als sei denn, man hat halt diese Gabe, dass man eben allein sein kann, bevor man dann halt versucht wird vom Feind. Ja, so könnte das sein. Aber wisst ihr, es ist auch so, wenn wir etwas erbitten und Gott übernatürlich eingreift, dann wird doch dadurch auch unser Glaube gestärkt. Wenn Gott uns erhört und uns Dinge gibt, die wir erbeten haben, dann stärkt der Herr unseren Glauben dadurch. Und das ist ganz sicher in seinem Willen. Das ist ganz sicher in seinem Willen. Aber haben wir diese Freimütigkeit? Nun, die Schrift sagt, dass wir sie haben. Aber wie schaut das in jedem Einzelnen von uns aus? Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir in seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, also hier, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Also wir sollen nicht zweifeln. Wir sollen auf keinen Fall zweifeln, sondern wirklich im festen Vertrauen und im festen Glauben, wissend, dass der Herr uns das gibt. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er wird ihm Leben geben. Na gut, das haben wir das letztes Mal durchgenommen. Wir wissen, genau, also bei den Worten, die jetzt kommen, das haben wir beim letzten Mal schon genommen und da ist wirklich wichtig, dass man auch in den Grundtext hineinschaut. Mir fällt gerade ein, ich hätte vielleicht noch den Vers 20 aus dem Griechischen mit aufzeigen können. Aber gut, es geht jetzt in allererster Linie um die ersten zwei Verse. Warum geht es darum? Fangen wir mal, ich glaube in Markus 11 und in Matthäus 7. Da redet Jesus selbst von dem, dass er uns halt Mut und Hoffnung gibt, dass wir wirklich um alles bitten können. Und als er am folgenden Tag Bethanien verließ, da hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sahen, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas finden würde. Und als er zu ihm kam, da fand er nichts als Blätter. Denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeiten niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem. Wisst ihr? Ja, gehen wir gleich rein. Ja. Da kommt also Jesus, er hat Hunger und dann sieht er einen Feigenbaum und das ist noch nicht die Zeit der Feigen, weil alles hat seine Zeit. Und es gibt halt Früchte, die wachsen halt nur zu bestimmten Zeiten. Er geht halt hin und er findet nichts als Blätter dort. Stellt euch vor, er geht halt im Winter, vielleicht im Winter oder im Frühling, gleich im Frühling zu einem Apfelbaum oder einen Birnenbaum und wollt Birnen essen und ihr findet dort keine Birnen, weil sie müssen ja erstmal kommen. Sie müssen ja erstmal reifen und überhaupt wachsen. Und im Frühjahr, gleich nach dem Winter, da sind sie halt noch nicht da. Ja. Jesus hatte Hunger und er sieht keine Feigen, obwohl er diesen Hunger hatte. Und er sagt dann, soll in Ewigkeit niemand mehr von dir Feigen essen. Also er spricht das zum Baum. Und wir wissen ja, was dann später passiert. Der Feigenbaum, der verdorrt. Hat er das jetzt gemacht, um den Feigenbaum zu ärgern oder weil er einfach nicht weiß, dass er nicht die richtige Zeit war? Nein. Meines Erachtens hat er das gemacht, um ein Zeichen zu sein. Um das Volk, das herumstand und seine Jünger zu zeigen, dass er wahrhaftig der Messias ist. Dass er der Sohn Gottes ist. Und dass er die Macht hat, Dinge zu tun, wovon alle anderen nicht möglich ist. Er ist es, der zu einem Feigenbaum sagt, es soll niemand mehr von dir essen und dann verdorrt der Feigenbaum. Er ist es, der den Sturm gebietet und dann wird es still. Und er ist es, der auf dem Wasser läuft und man geht nicht unter. Und wenn wir darauf vertrauen, auf dem Herrn, dann können auch wir auf das Wasser laufen, so wie der Petrus das gemacht hat. Aber in dem Moment, wenn wir zweifeln, dann geht es runter. und er, dieser Jesus ist es, der uns sagt, wenn du auch nur glaubst und sagst zu einem Berg, hebe dich hinweg, dann wird das tun. Wir haben einen Gott, der kann das wirklich tun. Aber er verlangt Glauben, er verlangt Vertrauen und ein felsenfestes Gewisssein, dass das, was wir erbeten, auch tatsächlich eintritt. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es ist in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir und seine Jünger hörten es. Seine Jünger hörten es. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann, die herauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Er stieß die Tische da weg und die Stühle der tauben Verkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, ein Haus soll im Bethaus für alle Völker genannt werden, ihr habt aber eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und da müssen wir jetzt mal darüber reden, warum eigentlich Opfern? Was war eigentlich der Sinn eines Opfers? Heutzutage ist das ganz leicht. Das wirkliche Opfer hat der Gott nicht abgeschafft, sondern Jesus hat das verendet. Durch die Kreuzigung Christi muss das nicht mehr sein, aber wenn wir heute zum Beispiel etwas opfern, dann ist das meistens Geld. Das schmeißt man dann im sogenannten Opferstock hinein oder man spendet das per Überweisung. Aber haben wir dann auch wirklich einen Bezug darauf? Wenn Gott, wenn wir lesen im Alten Testament, wie die Menschen geopfert haben, dann haben sie das Beste herausgesucht. Das Beste von ihren Tieren. Dann haben sie die Tiere, die sie am liebsten hatten, herausgesucht. Und haben diese dann geopfert. Ja, von Abraham, da hatte Gott dann verlangt, den Sohn, den du geboren hast, der von dir gezeugt ist, den einzigen Sohn, den sollst du mir opfern, als Brandopfer. Was muss da in dem Abraham vorgegangen sein? Hätte es nicht einfach ein paar Birnen sein können? Hätte es nicht einfach ein Schlachtvieh sein können? Aber Gott will, dass wir das Wertvollste, das Beste aufgeben für den Herrn. Tja, wie war es dann bei Abel und Kain? Abel hat das Beste herausgesucht. Die Erstlinge seiner Herde. Er hat wirklich das Beste hergegeben für den Herrn, um ihm ein Zeichen zu setzen, wie lieb er ihn hat. Um Gott zu zeigen, dass er, dass er den himmlischen Vater wirklich lieb hat, dass er ihn respektiert. respektiert. Und was hat Kain geopfert? Ein bisschen was von seinem Feld. Wo er eh keinen Bezug hatte. Manches Feld einfach runter ist Freiobst. Oder wie man dann in diesem Tempel gemacht hat. Man verkauft einfach ein paar Tauben. Da hätten wir genauso gut auch Blech sein lassen können und einfach nur Geld in den Opferstock schmeißen können. Da hat man doch keinen Bezug drauf. Wie können wir Gott zeigen, dass wir ihn lieb haben? Wie können wir ihm zeigen, dass wir wirklich, wirklich zu ihm gehören möchten? Dass wir wirklich, ja, dass er, dass wir unser ganzes Sinnen nach ihm ausstrecken? So wie es doch steht, wie wir das vorhin gelesen haben im Psalm 119. Also ich lese nochmal vor. Ich erzähle dir meine Wege. Wie können wir ihm das zeigen, dass wir mit, also reden mit Gott und nicht nur einfach irgendwelche Floskeln, sondern ich erzähle dir meine Wege. Also wie? Da gibt es halt dann, versteht ihr, dass der Sinn des Opferns ist ja nicht einfach nur, dass wir irgendetwas hergeben, was wir eh im Überfluss haben. Wisst ihr, wisst ihr, als Jesus hat er auf diese alte Witwe da gesagt, auf diese alte Frau, die hat dem Opferstock dann Geld hineingeschmissen. Daraufhin hat dann Jesus dann gesagt, die anderen alle, die haben alle aus ihrem Überfluss bezahlt. Aber die Frau hat ihr ganzes Vermögen da reingesetzt. Warum hat die Frau das getan? Weil sie Gott liebt. Weil sie ihn ehrt. Das ist der Sinn des Opferns überhaupt gewesen. Es ging nicht darum, dass man lauter schlachtet und so. Wisst ihr, das hat er immer wieder auch gesagt gehabt. Ich will nicht, dass er mir Opferstiere schlachtet und alles, aber dann lauter Unrecht tut. Nein, nein. Auch solche Opfer hat der Herr keinen Wert. Sondern es geht ihm um dein Herz. Um unser Herz. Das heißt, an einer Stelle ein demütigtes, ein zerschlagenes Herz. wird der Herr nicht verachten. Wenn wir uns demütigen vor Gott, wenn wir wirklich uns demütigen und ihm zeigen, dass wir ihn lieb haben, dann hört er uns. Also die Frage ist doch immer, mit welcher Herzenseinstellung beten wir zum Herrn? Um wie, in welcher Herzenseinstellung bitten wir etwas von Gott? Einfach nur plappern? Plappern sollen wir gar nicht wie die Heiden. Wie ist unser Herz? Bitten wir wirklich aus Herzen, dass der Herr uns hört? Bittest du aus Herzen, dass der Herr dich hört? Und glaubst du fest daran, dass Gott genau das tun kann, worum du bittest? Dann würde es nämlich sein Willen entsprechen. Dann zeigt er dir, dass er das tut und du hast groß und du freust dich und dein Glaube wird gestärkt und du siehst, dass du wirklich nicht alleine bittest. ja und die schriftgelehrten und obersten Priester, die hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Das muss man sich mal vorstellen. Die schriftgelehrten und obersten Priester, die hörten das und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Das war deren einzige Sorge. Wie kann man den Massias umbringen? Und sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, da ging er aus der Stadt hinaus. Und als der Morgen vorbeikam, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich. Und er sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spricht, erhebe dich und wirft dich ins Meer und an seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird's ihm zuteil werden. Was immer er sagt, das ist das, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Das mit dem Feigenbaum ist geschehen zum Zeichen. Dass der Herr wirklich Dinge tun kann, die völlig übernatürlich sind, die überhaupt nicht mit unserem Verstehen koalieren können als Mensch. Und wenn wir also sagen zu den Berge hebe dich hinweg und wir zweifeln wirklich nicht daran, dann wird das tun. Das sind nicht bloß einfach Problemberge gemeint, ich bin überzeugt, es sind richtige Berge gemeint. Da kann wir mal einfach sehen, wie klein unser Glaube ist. Wie viel Zweifel wir oft noch im Herzen haben. Und Jesus hat immer wirklich gesagt, oh ihr Kleingläubige, wie lange soll ich euch noch ertragen? Ja, wir können Gott nur danken, dass der Herr uns nicht nur ertragen hat, sondern dass er uns trägt. dass er uns trägt, trotz unseren Schwächen, trotz unseren kleinen Glauben. Aber er möchte uns Mut machen, er möchte uns wirklich sagen, habt Glauben, habt Glauben an Gott. Dann wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berge spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und seinem Herzen nicht zweifelt, nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt, also was immer, was auch immer. Darum habe ich das gefragt mit dem Automaten. Ich wünschte, wir hätten den Glauben, dass sowas wäre. aber alleine schon, dass Pastoren hergehen und sagen, Gott ist kein Automat, tun sie bereits ihren eigenen Zweifel verkündigen. Natürlich sollen wir bitten, was in seinem Willen ist, aber weißt du, was in seinem Willen ist? Konkret, um was du gerade bittest? Eins ist natürlich klar, wir sollen nicht um Unfug bitten oder um Sünden gar. Das ist logisch. Aber was in seinem Willen ist, ist definitiv, dass unser Glaube gestärkt wird, dass wir wirklich wachsen im Glauben, dass unser Glauben auf den Herrn wirklich immer mehr gestärkt wird, dass wir voller Zuversicht auf Gott setzen und ihm vertrauen und nicht zweifeln. Das ist ganz sicher sein Wille gemäß. Darum sage ich euch, alles was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubet, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Ich wiederhole den Vers nochmal, weil es so schön ist. Darum sage ich euch, alles was ihr im Gebet erbittet, glaubet, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und bittet, betet, so vergebet, wenn ihr irgendetwas habt gegen jemand, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also das ist ganz wichtig auch. Also das ist halt so eine Sache, wisst ihr, das entspricht auch mit seinem Willen, dass wir einander vergeben. Es ist schon problematisch, wenn wir im Streit untereinander sind und uns gegenseitig bekriegen und dann bitten wir Gott, uns vielleicht sogar noch Waffen oder sonst was zu geben oder solche Dinge. Ich habe gesagt, wir sollen nicht um Unfug bitten. Wir müssen ein Herz haben, das zu Gott hinausgerichtet ist. Wir demütigen uns vor Gott. Wie können wir ihm zeigen, dass wir ihn lieben, indem wir seine Gebote halten? Aber was ist ein Gebot? Dass wir auch einander vergeben, dass wir einander lieben sollen. Aber wie kannst du deinen Bruder oder deine Schwester lieben, wenn du ihr krämst oder kramst? Also vergib ihr. Wenn es dir schwer fällt, dann bitte den Vater im Himmel in Jesu Namen, dass er erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch seinen Heiligen Geist in unsere Herzen. Wenn die Liebe dich bewegt, dann ist das ganz leicht. Dann tust du vergeben mit der Liebe Gottes. Durch die Liebe Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes. Dann gibt es noch eine schöne Parallelstelle dazu aus dem Matthäus 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das hat Jesus wunderbar gesagt. Bittet, also, so wird uns gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Und klopft an, so wird uns aufgetan. Denn jeder, der bittet, der empfängt. Und wer der sucht, der findet. Und wer der anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn er seinen Sohn ihm um ein Brot bittet, ihm dann einen Stein dafür gibt. Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange dafür gibt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Wisst ihr, ich versuche das immer zu betonen. Und ich möchte euch nahelegen, die ihr hier das hört bei mir. Lest nicht einfach so die Bibel, einfach so drüber hinweg. Einfach Zeile um Zeile. Versucht über den Inhalt nachzudenken, nachzusinnen. So wie bei der Maria, als Jesus dann diese einen Worte gesagt hatte, muss ich nicht im Tempel meines Vaters sein. Und die Maria hat das im Herzen gehabt und bewegte diese Worte immer weiter. Und so sollten auch wir die Schrift lesen. Nicht einfach so drüber lesen. So quasi wie die Katholiken, wenn sie am Beistuh sitzen und dann der Priester dann sagt, ja, tut unser zehnmal herunterbeten. Das ist ein Plappern, ein Plappern. Nein, versuch, versuch über die Worte nachzusinnen. Zeige auf diese Weise, dass du Gott liebst, indem du wirklich seine Worte ernst nimmst, indem du über seine Worte nachsinnst, indem sie dir zu Herzen gehen. Aber das kannst du nicht, indem du einfach schnell drüber liest, Sondern Wort für Wort Ich habe mal das als Beschreibung gelesen gehabt. Betrachte die Schrift auch ein bisschen wie in einem Garten. Und du bist jetzt hungrig und möchtest Erdbeeren essen. Magst du Erdbeeren? Und jetzt gehst du herum und sammelst die Früchte und suchst nach Erdbeeren. Welche Kostbarkeiten? Und dann nimmst du die Erdbeeren und du tust sie auch nicht einfach reinmampfen, sondern du tust sie in deinem Mund zergehen lassen und den Geschmack kosten. Und so tue auch das Wort Gottes zu dir nehmen. Mach das es. Ja, koste den Geschmack. Es ist köstlich. Es ist köstlich dem Herrn zu danken. Es ist köstlich seine Worte zu lesen. Es ist köstlich seine Worte zu verinnerlichen. Versuch dich auch hinein zu versetzen in den Text, den du liest. Würdest du einfach nur lesen, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Oder wie würdest du das sagen, wenn du das zu einem Ich kann mir vorstellen, dass der Herr so redet. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Versucht mal so zu lesen. Und bittet dem Herrn, dass die Herzen wirklich geöffnet sind für sein Wort. Dass sein Wort hineinfällt und dass ihr darüber nachsinnen könnt. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Das ist das, was ich vorher mal in diesem Bild hatte. Ich habe das Bild auch noch hier. Ich habe das hier hingestellt. Also das Reich Gottes, ein kleiner, schmaler Weg und hier die große, breite Pforte in die Welt hinein, die ins Verderben geht. Und interessanterweise sind so die weltlichen Kirchen eben auf der Welt. und man kommt nicht durch eine verweltlichte Kirche auch den Weg ins Himmelreich, sondern nur durch die Türen, durch Jesus. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und nur wenige sind es, die ihn finden. bete und hoffe, dass wir zu den wenigen gehören. Ja, im Jakobus 4, da steht auch einiges, was wichtig ist, und das habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass wir einander vergeben sollen. Woher kommen denn die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Das ist das, was ich meine, keinen Unfug bitten und auch nicht in böse Absicht bitten, um es dann in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen wisst ja nicht, dass die Freundschaft mit der Welt eine Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Das sei gesagt, besonders an die Pastoren und die Priester, die Waffen schicken wollen in die Ukraine und dann sagen, ja, das ist Nächstenliebe. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt eine Feindschaft gegen Gott ist? Wer so ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht der Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen dem gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor vor dem Herrn so wird er euch erhören. Das ist das, was ich meine. Also nicht einander verleumden, sondern wirklich sich demütigen vor Gott. Und über die Fehler, die man macht, auch betrübt sein. Und nicht deshalb, weil Gott uns erwischt hat, sondern weil wir Fehler gemacht haben. Ja. Und so möchte ich noch ein weiteres Lied bringen. Ich bin bei dir, wenn die Sorge dich niederdrückt, wenn dein Leben dir sinnlos scheint, dann bin ich da. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlen kannst, ich bin dir nah. Und dich hab alles in der Hand, kenn dein Leben ganz genau, ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich, du kannst meinem Wort vertrauen, und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Hab keine Angst, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, wenn du grübelst, was morgen wird, du hasst auch mich. Hab keine Angst, auch wenn andere nicht zu dir stehen, wenn du meinst, dass du wertlos bist, ich liebe dich. Und ich hab alles in der Hand, kenn dein Leben ganz genau, ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich, du kannst meinem Wort vertrauen, und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Oh, welch ein Tag, wenn dein Leben sein Ziel erreicht, wenn wir uns gegenüberstehen, und du bist hier. Oh, welchen Tag, wenn die Trauer der Freude weicht, und dann war, was verwehrend schien, der Weg zu mir. Dann wirst du staunend mit mir sehen, alles Ende und Beginn, mir war nicht einer deiner Tage unbekannt. Und du wirst glauben und verstehen, alles hat es einen Sinn, und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Und du wirst glauben und verstehen, alles hat es einen Sinn, und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Ja, der Herr hält alles in seiner Hand. Aber wir sollen halt eben vertrauen, wir sollen glauben. Also, was du bittest, und du nicht zweifelst dran, so wird es dir werden. Alles, was wir bitten in seinen Namen, wird er uns geben. Und so segne uns der Allmächtige Gott. Stärke uns den Glauben. Ja. Dein Glauben kommt aus der Verkündigung, und der Verkündigung aus den Worten Gottes. Herr, schenke dir das Wachstum und Gedeihen in deinem Wort. Danke dir, durch Jesus. Amen. Und so segne uns der Allmächtige Gott, der himmlische Vater, und sein Sohn Jesus Christus, im Heiligen Geist. Amen. Ja. In Jesu Namen. Amen. So. Also, gute Woche. So Gott will und wir leben. Bis nächstes Mal. Amen.